Vermutlich aufgrund Verwechslung von Gas- und Bremspedal bzw. Vor- und Rückwärtsgang kracht am Mittwochnachmittag ein 77-jähriger Fahrer eines Volvo in ein Tankstellengebäude im Industriegebiet von Wendlingen. Der 77-jährige Pkw-Lenker fuhr gegen 16.15 Uhr auf das Tankstellengelände in der Heinrich-Otto-Straße auf und hielt kurz vor dem dortigen Tankstellengebäude an. Nach kurzem Stillstand fuhr er dann vorwärts gegen die Eingangstür des Tankstellengebäudes und beim anschließenden Rückwärtsfahren mit seinem Heck gegen einen an einer Zapfsäule wartenden Mercedes Sprinter. Danach fuhr er erneut vorwärts gegen die Eingangstür, setzte wiederum zurück und fuhr dann mit quietschenden Reifen vorwärts in das Tankstellengebäude. Dort kam er dann mit seiner Fahrzeugfront im Kühlregal zum Stehen. Der 77-jährige Volvo-Lenker zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, wurde jedoch vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Mitarbeiter der Tankstelle, welcher sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Gebäude befand, wurde nicht verletzt. An dem Tankstellengebäude und den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 46.000 Euro.